und so leute was geht hier ist euer flow gamma youtube am start wir spielen heute tdt auf die neue map kauf und ja das ist die brandneue map ich glaube ihr habt schon das letzte video schon angeguckt mit dem neuen tdt update habe ich euch alles gesagt wie alles funktioniert und alles pipa po und ja dann schießt der trader auf mich ist er behindert das schießt einfach auf mich kommt schön ich kann schon abhauen ja wir gucken erstmal die neue kauf map an sieht eigentlich sehr schön aus mit dem toten kopf gibt es paar verstecke gibt es hier dann ja sieht aus wie auch so wie so ein geheimtunnel kann mir durchlaufen das ist ein fast wie sein piraten schiff erst wie es wie zu piraten eine piraten insel sieht das aus ich glaube kauf heißt piraten insel glaube so insel englisch war ich komplett scheiße aber ich denke das sieht eigentlich sehr gut aus wir gucken mal können wir direkt noch eine neue map starten team war team ist schon die neuen maps sind wirklich sehr sehr selten aber das war es mit dem video von kauf map könnt gerne ein like ein arbeiter lassen wir haben fast 220 ausgeschafft für nur zwei likes und dann schaffen wir glaube ich auch 250 abos bis nächstes mal und ciao